So, hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial. Ich zeige euch jetzt bei Camtasia Studio, wie ihr dort Aufnahmen oder irgendein Video, wie ihr da Teile drin verschwommen darstellen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Tutorial selber macht oder so, wo man dann auch mal ein Passwort sehen kann von euch zum Beispiel, könnt ihr das verschwommen machen. Ich nehme jetzt aber mal als Beispielvideo hier mal dieses Beispielvideo von Windows. Und Windows 7 dieses Naturvideo einfach. Das zieht man dann ja hier nochmal rein, wisst ihr, denke ich mal. Und dann, na, kommt jetzt auch mal. Ja, und dann ist das Video hier drin. Und dann klickt ihr hier auf Callouts, heißt das glaube ich, jetzt auf den Pfeil runter. Und jetzt hier auf dieses, unter Spezial, das erste, unscharfes Callout. Jetzt könnt ihr das hier an irgendeine Stelle ziehen. Ihr könnt das sogar noch größer machen, wenn ihr jetzt hier ein großes Passwort stehen habt. Dann, ähm, Effekte, Unschärfe. Und dann könnt ihr es noch schärfer stellen, äh, unschärfer stellen. Und dann kann man das eigentlich auch nicht mehr erkennen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso das jetzt, wieso das so nicht mehr so ein scharfes... Naja, aber das müsste eigentlich ausreichen, wenn man jetzt ein Passwort hat. Dann kann man das nicht mehr so gut erkennen. Und ja, eine Sorge weniger fürs Video. Habe ich auch jetzt eben erst rausgefunden. Wenn man den King jetzt mal hier nimmt, ist das zum Beispiel, ja, Schärfer. Man kann die Unschärfe und Schärfe hier auch einstellen. Ja. Dann sieht das so aus. Ja, genau. Ich habe das jetzt nochmal im Callouts abgespielt, weil das hier ein bisschen lag gerade. Weil ich mal meinen Lüfter entstauern muss. Na ja, okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. So geht das nämlich. Da könnt ihr jetzt, ja, dass ihr irgendwo eine Stelle machen könnt ihr sogar zwei, glaube ich, auch reinmachen. Ich mache jetzt zum Beispiel immer noch einen. Hier so, ja. Und dann ist das natürlich auch unscharf. Also das, ja, okay. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Ich mache das, ja, okay. Und dann sind wir jetzt da. Und dann überdiese Zeit. Und dann sind wir nuestros, das ja auch. Vielen Dank.